Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, diesmal von einer Adventure-Map. Ähm, ja, sie heißt Squareblocks. Ich würde sagen, fange ich einfach mal an. Okay. Ich ende mal kurz hier auf ein bisschen... hallo? Ja, auf ein bisschen niedriger. So. Jawohl. Ja, passt schon. Okay. Nee, okay. Die Musik ist vielleicht auch ein bisschen laut. Machen wir hier auf 50. Ach, cool, das ist auf Deutsch. Hier ist ja perfekt. Nicht schieten. Mach ich doch eh nicht. Keine Mords. Passt. Partikel auf alle. Schau ich mal. Partikel, Partikel. Äh, puh, wo ist das? Ja, wird schon auf alles sein. Squareblocks. Okay. Bla, bla, bla. Ach so, das Ding teleportiert ein zu diesem Checkpoint. Okay, jetzt habe ich das auch kapiert. Äh, Chat ist an. Rechts klicke das Schild. Welches Schild? Weiche Beleuchtung zu aus. Puh. Das ist mir egal. Kapitel 1, das ist lange. Hehehe. Äh, erstmal... Ach, das ist wahrscheinlich so ein... ...ganz schwieriges Check... Oh, da musste man eher. Okay, willkommen, Spiele. Du hast ein Teleportations-Item in deinem Inventar. Du kannst dich damit per Rechtsklick einfach zu deinem letzten Checkpoint zurück teleportieren. Die blauen Blöcke setzen deinen Checkpoint. Hä, wieso kann ich mich... Ah, geht doch. Rechts klicke das Buch... Blablabla... Du möchtest einen Tipp haben? Du weißt bereits am Anfang der Karten nicht, weil du hast eine Öffnung in der Wand. Warum will Sherlock? Ich weiß es nicht. Ah, warte, ich habe ja auch noch ein paar Texture-Packs drinnen. Hehehe. Tu ich mal raus. Okay. Ja, funktioniert. Da kann man sogar TNTs hinsetzen. Checkpoint. Okay, von diesen Blöcken aus kannst du Doppelsprung machen. Du musst in der Luft einfach noch einmal springen. Oha. Das ist geil. Super Doppelsprung. Was muss ich machen, wenn ich hier bin? Ah. Ah. Du kannst an diesen Blöcken hochklettern. Springe einfach direkt vor ihnen. Ach, cool. Du kannst an diesen Blöcken auch seitlich entlanglaufen. Schau einfach direkt nach unten, um diese Blöcke loszulassen. Oha, das ist hier mal geil. Oh. Hallo. Ja lol. Was ist denn das her? Oh. Oh. Jetzt ist es weg. Schade. Du kannst doch diese Blöcke hindurchlaufen, aber nur von der grünen Seite aus. Na 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 na. doppelsprung und wieso habe ich hier bekommen ich bin noch über das team gelaufen das habt ihr auch gesehen oder die grünen sind hier oben ach so das sind ja diese inventar leer dinge das heißt was heißt es geht nicht ich bin so schlau jedoch nicht oh gott es fängt schon mal gut an aber irgendwie gefällt mir diese map warte kann ich den hier hin ach cool hat sogar funktioniert okay was war okay was hat das was macht diese handabdruck hier ich bin so blöd durchlaufen es bringt nichts wenn du auf diesen block tritt wird dein silber für sport erscheinen du bekommst drei items mit dem wir lights lautes ach und hier sind sie was ist wenn ich bewegen klick was dann läuft diese dinge entlang schneller ich glaube ich bin so ein genius jetzt nicht durch ja diese map ist echt cool was sind diese roten dinge da wenn der silberfisch roboter auf diese blöcke tritt wird er zerstört probieren es aus hier muss es so laut sein okay damit kann das ding umstellen ach so ne warte er läuft dann hier her ist jetzt hier auch kaputt wo sie überhaupt hin da oben geht es weiter ich habe eine idee wir den hier laufen lassen und jetzt im block setzen hallo ich will mich gescheißen so oje jump and run komm ich noch hoch ja das ist echt cool diese blöcke ja egal stimmt hier wenn man nach unten schaut fällt mal wo muss ich denn hier entlang ja komm ich da hoch ach cool da komm ich hoch ja okay dann schauen wir mal schon wieder diese inventar kaputt macht blöcke was weiß ich okay okay puh sonst kann ich das tintin nirgends setzen nee schade oh nein nein ich bin so ein idiot also jetzt bin ich wieder hier ohje ich bin immer der meister des jump and runs wo sind es unten ja eigentlich alles so ein neuer versuch ich bin ich glaube wenn ich hier oben bin dann höre ich mit dem video erst mal auf und die nächsten teile kommen morgen übermorgen irgendwann einfach mal sobald werde ich weitermachen sobald ich hier oben hingekommen also ich mache jetzt noch einen kurzen cut bis ich hier wieder oben bin also jetzt sind wir hier angekommen also wenn ich diesen sprung jetzt verkackt dann juhu ich bin oben also ja egal also dieser teil hier und diese neuen blöcke die kommen dann im nächsten video dran also bis zum nächsten mal tschüss